Wem gehört das Land? In diesem mehrteiligen Vortrag möchten wir eine heiße Diskussion aufgreifen, die nicht zuletzt erst mal wieder oder auch wieder seit letztem Jahr Oktober 2023 in den Medien, aber nicht nur dort, sondern auch auf deutschen Straßen heiß diskutiert, debattiert und teilweise auch proklamiert wird. Anbei ein paar Einblicke in die deutschen Medien, die genau dieser Frage auch nachgehen. Wem gehört das Land? Und angesichts der Frage, wem gehört das Land, geht es nicht um Deutschland, es geht nicht um das Bundesland Niedersachsen, wo wir uns hier befinden. Es ist klar, dass es hier um das Land Israel geht, wo an mancherorts auch als Palästina bezeichnet wird, welche dieser Aussagen richtig ist oder ob man beide Seiten sogar auch stehen lassen müsste. Ja, dazu soll auch dieser klärende Vortrag und auch seine Nachfolger beitragen. Die Diskussion, wem gehört das Land? Dazu muss man etwas mehr ausholen. Und wenn wir über diese Frage nachdenken, wem das Land gehört, müssen wir zuerst einmal die Kritiker wahrnehmen, die es durchaus nicht gerade wenige gibt. Wenn wir im Hinblick auf das Land Israel, das Volk Israel schauen, dann sehen wir zum einen in diesem Vorspann, dass die Bibelkritik etwas proklamiert und verkündigt. Nämlich zum einen allein schon von der Geschichte her lehren die theologischen Fakultäten an den Universitäten in Deutschland unterschiedlicher Orts- und vertreten den Standpunkt, dass von der Geschichte her gesehen, das, was die Bibel berichtet, so zum Beispiel bibelwissenschaft.de, dass das, was zum Beispiel bei Joshua berichtet wird, hier am Beispiel der Eroberung Jerichos, eigentlich gar kein historischer Fakt ist, das möglicherweise sich so nie zugetragen hat und damit verbunden wahrscheinlich auch gar keine jüdische Präsenz in diesem Land damals gegeben haben mag. Nicht nur das ist eine kritische Stimme. Wir haben hier den Weltartikel, der groß uns vor Augen stellt, dass der Exodus, der Auszug aus Ägypten und damit verbunden auch dann das Einziehen in das Land Kanaan an sich nicht unbedingt so stattgefunden haben muss, dass es quasi als widerlegt gilt, so sagt es der Autor hier, aber vielleicht doch irgendeinen historischen Kern haben mag. Im letzten wird hier von der Mythologie gesprochen, dass es etwas ist, was quasi hinzugedichtet wurde. Oder fahren wir fort mit diesem Buch von Israel Finkelstein, Keine Posaunen vor Jericho, der in diesem Auszug darstellt, dass das, was im letzten in dem Exodus und auch darüber hinaus beschrieben ist, eigentlich an der Realität vorbei ist, es nicht der Realität gerecht wird, sagt er als interessanterweise israelischer Archäologe und unterstellt damit an dieser Stelle den biblischen Schreibern Unwahrheit. Wir haben weitere kritische Stimmen, die nicht zuletzt auch aus der Politik kommen, wo unter anderem auch von den arabischen Ländern, der arabischen sogenannten Liga, immer wieder der Vorwurf gegen Israel kommt, mit der Bezeichnung, es ist ein Besatzer, es ist ein, hier wird es als Occupation bezeichnet, ein Okkupator, der im Letzten dieses Land besetzt hat und eigentlich gar nicht als solches verdient oder haben darf. Und wir sehen an dieser Stelle nochmal die Gegenüberstellung, nicht nur der Flächengröße, die hier gegeneinander sich auftürmen, sondern auch der Bevölkerungsgrößen im Nahen Osten. Dazu gehörend auch der Antisemitismus, man müsste eigentlich etwas zugespitzer sagen, der sogenannte Anti-Judaismus, der sich durchaus auch durch diese Slogans, die Parolen, die hier auch auf deutschen Straßen verkündigt wurden und werden, Free Palestine oder From the River to the Sea, Palestine must be free. Was in dieser Aussage, und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, wenn nicht in diesem Vortrag dann den Nachfolgern, steckt, ist eine Aberkennung des Existenzrechts des Staates Israels. Und dann die Zuspitzung in nichts anderem als dem Terror, der am 7. Oktober 2023 in Israel von Gazastreifen aus stattgefunden hat und durchgeführt wurde von der Hamas, wo Terroristen in das Land Israel einmarschiert sind. Und wir sehen hier die Zahlen, die selber Hamas auf ihrer Website proklamiert und sich dessen rühmt in ihrer sogenannten Al-Aqsa-Flut, Al-Aqsa-Flut, dass sie über 1000 Zivilisten umgebracht haben, und verschleppt haben. Und wir sehen auch die Anzahl der Raketen, die aus dem Gazastreifen auf Israel abgesandt wurden. Und was das im Letzten uns an dieser Stelle nochmal zeigt, diese Al-Aqsa-Flut, womit sie am Letzten auch ausdrücken wollen, dass das Ziel des Terrors, den sie verüben, der ist, Jerusalem zurückzuerobern. Al-Aqsa ist die Bezeichnung im Arabischen für Jerusalem. Al-Quds, das Heilige, wie sie auch sagen, und meint damit ihre muslimische Anbetungsstätte, wo sie für sich beanspruchen und aus der Hand der Juden im Letzten reißen wollen, um sich wieder eigen zu machen. Und wir werden auch darauf noch zu sprechen kommen, wie es überhaupt dazu kommt, dass sie als Terrororganisation so denken, oder auch die Muslime selber, denn nur als kurzer Teaser in Surah 17 wird zum einen davon gesprochen, dass Allah, der Gott der Muslime, Israel das Land gegeben hat. Aber die Muslime vertreten eben auch, dass Mohammed zu einer bestimmten Zeit wohl in Jerusalem gewesen sein soll und deshalb für sie die Stadt Jerusalem eine unglaublich bedeutende Wert hat. Wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen, weil das essentiell ist, um auch den Islam, den Islamismus, den Terrorismus richtig zu verstehen. Und wir sehen, an dieser Stelle geht es nicht einfach nur um erhitzte Gemüter, die miteinander diskutieren. Es geht hier nicht einfach nur um Parolen, die gesagt werden, sondern es geht um Ideologien. Es geht um Auseinandersetzungen, wo Menschen sterben und wo unschuldige Zivilisten umkommen und wir uns fragen müssen, wem gehört das Land? Genau dieser Frage werden wir jetzt im Einzelnen nachgehen. Und auch wenn ich an dieser Stelle nur eklektisch, also ausgewählt vorgehen kann, möchte ich doch anhand einer Agenda, die wir uns an dieser Stelle einmal vor Augen führen wollen, anhand von sechs Aspekten dieser Frage nachgehen. Und zwar, der Vorspann wird gleich noch ergänzt, neben den kritischen Stimmen, die wir gehört haben, zusätzlich noch mit den Aussagen der Bibel und der Archäologie. Und wir werden darüber hinaus uns auch die Patriarchen anschauen, werden sehen, was wir dazu finden und sagen können, auch von der Archäologie werden uns die sogenannte Eroberung von Kanaan durch Joshua ansehen, die Königsherrschaft, die Davidische Dynastie und dann auch das sogenannte Exil des jüdischen Volkes und die Rückführung und am Schluss dann zu einer Zusammenfassung, einem Zwischenfazit kommen, wie gesagt, dieser Vortrag wird einen Nachfolger haben und einen Ausblick starten. Wir fangen mit dem ersten Punkt an beziehungsweise führen ihn weiter fort, weil der Vorspann nicht nur die kritische Stimmen enthalten soll, sondern an dieser Stelle auch die Bibel einmal zu Wort kommen lassen soll, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und da haben wir an dieser Stelle die Aussage, die die Schrift selber über sich macht. Als Christen glauben wir daran, dass die Bibel als Gottes Wort unfehlbar ist, auch deshalb, weil es sie als solches behauptet und es sich als solches bestätigt hat. Und interessant, Psalm 33, Vers 4 sagt, Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Das Interessante an diesem Vers ist das Folgende, dass Gott sein Wort, das, was er sagt, mit dem, was er tut, gleichsetzt. Gott verspricht nicht einfach etwas und lässt es dann fallen. So häufig, wie wir Menschen Versprechen geben und sie dann nicht halten, ist Gott nicht so. Gott sagt nicht nur etwas, er tut es auch. Er tut es zu seiner Zeit, aber sein Wort ist nicht hinfällig. Dieses Wort aus Psalm 33, Vers 4, dass Gottes Wort wahrhaftig ist und all sein Tun Treue ist, ist ein Parallelismus, wo beides das Gleiche ausdrücken soll. Und das beschreibt an dieser Stelle die Offenbarungsquelle der Bibel als abgeschlossenes System. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass die Bibel abgeschlossen ist, dass es nichts mehr hinzugefügt werden kann und das, weil die Bibel selber proportionale Wahrheit enthält und auch sagt, dass sie proportionale Wahrheit ist, müssen wir sie auf solches auch untersuchen und ernst nehmen. Und genau diesen Anspruch und dieser Frage gehen wir auch in diesem weiteren Vortrag nach. Was sagt die Bibel zu dieser Frage, wem gehört das Land? Und neben der Bibel wollen wir auch die Archäologie mit dazu nehmen. Die Archäologie ist eine Wissenschaft, die mit naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Methoden ja die kulturellen Entwicklungen der Menschheit einmal untersuchen, erforschen und sie hat sich weltweit zu einem Verbund unterschiedlicher theoretischer und praktischer Fachrichtungen entwickelt und zusammengeschlossen. Das Interessante ist, dass die Archäologie an sich ein offenes System ist. Es werden neue Erkenntnisse gemacht, es werden neue Dinge ausgegraben, müssen bewertet werden, gewisse Aussagen, die zuvor getroffen wurden, müssen revidiert werden, weil neue Funde vorliegen, die alte neu interpretiert ja interpretiert werden müssen, wo alte neue interpretiert werden müssen und das Interessante ist, dass die Bibel auch etwas zur Archäologie sagt. Ich habe die paar Stellen hier einmal mit angefügt aus Lukas 19, Vers 40, wo Jesus zu den Pharisäern spricht, die Pharisäer sprechen ihn an und sagen, dass seine Jünger schweigen sollen und Jesus sagt in Lukas 19, 40, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine anfangen zu schreien. Und das Interessante, das Spannende ist, wenn man die Archäologie untersucht und auch die Kirchengeschichte, dann stellen wir fest, dass in den letzten vor allem zwei Jahrhunderten, im 19. und 20. Jahrhundert, durch die sogenannte liberale Theologie, die Bibelkritik, versucht wurde, die Wahrheit der Bibel zum Schweigen zu bringen, wo Theologen sich den Mund haben verbieten lassen und Unwahrheit verkündigt haben statt die Wahrheit. Und was sagt Jesus? Wenn diese Leute schweigen, dann werden die Steine anfangen zu schreien und wir werden sehen, dass die Steine nicht ruhig waren, erst recht in den letzten zwei Jahrhunderten. Ja, Habakkuk 2, Vers 11 sagt, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Und noch eine Stelle, Psalm 85, Vers 12, Psalm 85, Vers 12 sagt, die Wahrheit wird aus der Erde sprossen. Eine plastische Aussage dazu, dass die Bibel Archäologie nicht verneint, sondern bestätigt als solches, dass sie die Wahrheit der Schrift selber bestätigt. Deshalb haben wir als Christen keine Angst, uns mit der Archäologie zu beschäftigen, weil wenn wir etwas Bestimmtes nicht finden, dann heißt es nicht, dass es das nicht gibt, sondern dass wir nur noch ein bisschen länger warten müssen, bis es gefunden wird. Und was genau sagt jetzt aber die Bibel selber einmal zu dieser Frage, die durchaus die Weltpolitik im Atem hält, wem gehört das sogenannte heilige Land? Ich habe ein paar Stellen aufgelistet, die uns vor Augen führen. 3. Mose 25, 23, wo Gott sagt, der Gott der Bibel selber sagt, denn das Land gehört mir. Es ist Gottes Land in erster Linie. Psalm 24, Vers 1 sagt, die Erde ist des Herrn und was darin ist. Das gilt generell für die Welt, für die Erde, aber spezifisch auch nochmal um genau das Land, worum sich die Köpfe streiten und 2. Chroniker 27 wird es nochmal gesagt, wo Gott sagt, ich werde sie aus meinem Land rausreißen. Eine Warnung, eine Ankündigung. Joel 4, Vers 2 wird gesagt, dass Gott mit den Heidenvölkern, und das hat eine spannende prophetische Perspektive, worauf wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Joel 4, Vers 2 sagt Gott, dass er die Heidenvölker ins Gericht nehmen wird, weil sie, Zitat, mein Land verteilt haben. Zacharias 2, Vers 16 nimmt das auf und hier finden wir diesen Ausspruch, der ja so häufig auch genannt wird, dass es das heilige Land ist, dass es in der Bibel selber auch so stets weiter. Zacharias 2, Vers 16 wird gesprochen von dem heiligen Land und damit ist eben die Fläche, die Erde, der Bereich gemeint, wo Gott insbesondere geweiht hat und wir kommen noch darauf, weiter zu sprechen, was es bedeutet. Hier ist Ezekiel 38, Vers 12, eine letzte Stelle hierzu noch, wo Gott selber von genau diesem Bereich, diesem Teil der Erde spricht, wo er sagt, dass es der Mittelpunkt der Erde ist. Und mit Mittelpunkt meint es nicht, dass die Bibel jetzt ein Bild vertritt, wo es quasi eine flache Erde mit gemeint wird. Nein, es meint, dass das der Ort ist, dass das das Land ist, die Geografie von Gottes heilsgeschichtlichem Handeln ist, wovon Gottes heilsgeschichtliche Botschaft auch ausgeht, in Wort und auch in Tat. Eine weitere Vorbemerkung möchte und muss ich machen, bevor wir dann einsteigen, im Rahmen dieses Vorspanns möchte ich nämlich anfügen, etwas zur Chronologie. In dem weiteren Vorgehen werde ich mich auf eine Chronologie zum Alten Testament berufen, die ich nicht aus mir selber quasi zusammengereimt habe, sondern die Dr. Roger Liby zusammengestellt hat, eine sehr wertvolle Zusammenstellung und auch Erklärung. Ich werde das nicht im Einzelnen jetzt näher erklären, wie man zu den Zahlen kommt. Wer sich damit näher noch beschäftigen möchte, sei auf das verwiesen, was unter dem Video sich befindet, weil dort ein Link zu genau diesem Artikel ist, zu diesem Paper, wo man die Chronologie des Alten Testaments, wie sie Roger Liby zusammengestellt hat, nochmal überprüfen kann und dem nachgehen kann. Es ist mir deshalb wichtig, an dieser Stelle zu sagen, um das auch transparent zu machen, es gibt nämlich unterschiedliche Chronologien in der Zeitrechnung. Es gibt zum einen, wir sehen hier einmal zur rechten Seite die sogenannte liberale Chronologie, wo eben viele Aspekte der kritischen Theologie auch mit einfließen, die zum Beispiel den Exodus zur Zeit von Ramses II. setzen und weil sie davon ausgehen und sich wundern, dass sie gewisse Dinge nicht finden, entsprechend dort im Dunkeln tappen, wir finden die sogenannte konservative Chronologie, die an dieser Stelle den Exodus auf das 14. Jahrhundert beziehungsweise 15. Jahrhundert vor Christus setzt und dann finden wir die sogenannte biblische Chronologie, so würde ich es einmal bezeichnen, wo der Exodus im 17. Jahrhundert angesetzt wird und wir kommen darauf gleich noch näher zu sprechen. Das einfach nur, wir befinden uns oder wir bewerten und nehmen die Chronologie auch anhand der Archäologie in diesem Rahmen auf und sind gespannt, was die Funde uns zu sagen haben. So viel zum Vorspann. Der Vorspann ist wichtig, um einmal die kritischen Stimmen, aber auch eben noch die Anmerkung der Bibel und die Archäologie sich vor Augen zu führen und von hier aus steigen wir jetzt ein mit den sogenannten Patriarchen. Das heißt, das sind vornehmlichst vom biblischen Verständnis Abraham, Isaak und Jakob. Wir werden aber auch noch auf Josef und Mose zu sprechen kommen und das, sofern es eben geht, aber auch nur streifen können. Und wir fangen an mit Abraham. Abraham, das ist der Mann, wo alle drei Weltreligionen im Letzten sagen, dass sie darauf zurückgehen, das Judentum, Christentum und Islam. Die Bibel sagt, dass Abraham sich im Letzten darauf bezieht, dass er im zweiten Jahrtausend vor Christus gelebt hat, so sagt das der biblische Befund. Und wir lesen hier im 1. Mose 12, wie Gott in die Weltgeschichte eingreift und zu Abraham redet. Abraham herausruft als einen, der in der Stadt in Ur, in Chaldea, das ist im heutigen Irak, im Zweistromland von Mesopotamien, dass er hinausruft, herausruft und sagt, komm heraus und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. 1. Mose 13, finden wir das nochmal. Er sendet Abraham aus nach Kanan und er ging dann auch, er war gehorsam und Vers 15 sagt, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und dann 1. Mose 15, ein einschneidendes Ereignis, wo Gott einen Bund macht, einen Bund mit Abraham, der einseitig ist wo Gott einen Bund mit ihm schließt und sagt, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom des Euphrates. Und in diesem Bereich, in dieser großen Fläche befanden sich viele Heidenvölker. Die Keniter, die Kenisiter, wir sehen noch viele andere, die hier angefügt sind. Und Gott sagt, genau dieses Land Abraham werde ich dir und deinem Nachkommen geben. Und das Interessante ist, dass Gott Abraham rausruft und sagt, weißt du was, ich will dich segnen, ich will dich zum Segen machen und durch dich sollen alle Geschlechter gesegnet werden. Und wer dich segnet, der wird gesegnet werden und wer dich verflucht, der wird verflucht sein. Gott beginnt also mit 1. Mose 12 eine Segenslinie, wo er seinen Segen der Welt zuteil werden lässt. Das Interessante ist, dass Gott in 1. Mose 15 nicht sagt, du kriegst das alles jetzt heute, sondern er zählt ja die einzelnen Völker auf. Und das Interessante ist, dass 1. Mose 15 sagt, dass Gott das Stück für Stück nach einem spezifischen Zeitplan ihnen zuteil werden lassen, ihnen zuteil werden lassen wird, also seinen Nachkommen. Und die Bibel gibt einen Grund dafür, warum Gott das nicht quasi sofort tut, sondern Stück für Stück, denn wir lesen in 1. Mose 15 Vers 16, wie Gott sagt, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Das heißt, Gott sagt, okay, die Völker, die dieses Land jetzt noch besitzen, das sind brutale Völker, das sind schlimme Völker, die begehen Dinge, die schrecklich sind. Und in 3. Mose 18, 25, da wird Israel einmal gewarnt und da wird gesagt, das Land ist verunreinigt worden durch genau diese Völker und ich suchte ihre Schuld an ihnen heim, sodass das Land seine Einwohner ausspeite. Und damit verbindet Gott dann eine Warnung an Israel nach dem Motto, dass sie nicht gleich handeln sollen und wer den biblischen Kontext aus 3. Mose 18 studiert, der wird feststellen, dass die Heidenvölker in diesem Gebiet in Kanaan, die dort lebten, dass sie schwere Sünden begangen, dass sie Kinderopfer darbrachten, dass sie Sodomie betrieben, das heißt Verkehr mit Tieren hatten, Inzest, Homosexualität und viele andere Dinge, die in Gottes Augen nach Gottes Wort aus 3. Mose 18 schwerwiegende Sünden waren und was für Fakten gibt es dafür, dass es Abraham jetzt aber wirklich so gab und dass das nicht ein Märchen ist? Nun, wir haben zum einen hier einmal die Route und wir sehen, das ist ein Urga, was wir so rechts unten sehen, wie Gott Abraham dann auf die Reise geschickt hat über den fruchtbaren Halbmond, weil dazwischen drin eben die Wüste ist und er dann nach Kanaan und dann später auch nur nach Ägypten kam und das ist ungefähr die Wanderroute von Abraham und wir sehen in diesem nächsten Bild nochmal eine Darstellung, wie nach der Sinnflut, die nach dem biblischen Bericht über die ganze Erde ging, sowohl die Söhne von Noas, das heißt Ham, Shem und Japheth verteilt wurden und aus Japheth ging dann quasi die Bevölkerung aus Europa hervor, aus Shem, wir sehen diesen Bereich und dann Ham auch den hier grünen Bereich dargestellt und wenn wir jetzt den roten Rahmen angucken, der nochmal vergrößert ist, dort befanden sich die in 1. Mose 15 aufgezählten Völker, wo Gott zu Abraham sagt, dir will ich genau dieses Land geben, mit der Begründung, wenn das Maß der Sünde der Völker voll ist. Wenn wir jetzt der Frage nachgehen, was für Fakten haben wir für die Existenz Abrahams zu genau dieser Zeit, für diesen Bericht, wir sehen übrigens hier auch nochmal die Grenzen, wie Gottes Abraham verheißen hat, interessanterweise dann auch, wie es Joshua später verteilt hat bzw. aufgeteilt hat auch auf die Stämme und dann auch in 4. Mose 34 nochmal aufgenommen hat. Wir kommen darauf auch nochmal später zu sprechen, wenn wir zum Thema der Grenzen kommen und gehen aber jetzt der Frage nach, was denn die Historizität Abrahams bestätigt von diesem Bericht, den wir in der Bibel finden. Wir sehen hier eine Darstellung von Digging for Truth. Das ist eine Reihe von Associates for Biblical Research, die sich mit archäologischen Ausgrabungen beschäftigen und die hier 10 Top-Entdeckungen aus archäologischer Perspektive bezüglich Abraham herausgegraben haben und auch vorgestellt haben. Und wir möchten eines herausgreifen, nämlich ein Ereignis, was unser Trend war mit Abraham verknüpft ist nach dem biblischen Bericht, nämlich das Gericht über Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra, das waren Städte, die in der Nähe vom heutigen Toten Meer und der biblische Befund sagt, dass Abraham mit seinem Neffen Lot dort in der Nähe gelebt hat und dass aufgrund dessen, dass sich ihre Herden immer mehr vermehrt haben, sie etwas Platznot hatten, sie sich aufteilen mussten. Und so sagt der biblische Befund, dass Abraham seinem Neffe Lot die Wahl ließ und Lot sich dann für diesen Bereich entschied, wo Sodom und Gomorra auch war, ein sehr damals sehr fruchtbarer Bereich, eine grüne Aue, eine Augenweide und dass Lot genau an dieser Stelle Zugriff und Lot sich eben auch, so wie der biblische Befund sagt, sich in Sodom und Gomorra niederließ und interessant ist, dass Gott dann zu Abraham sagt und ihm mitteilt, dass aufgrund der Sünde von Sodom und Gomorra er eingreifen muss, dann ja, debattiert fast Abraham mit Gott in 1. Mose 18 und sagt, okay, wenn es möglich ist, dann, wenn 10 Gerechte in dieser Stadt sind, was ist dann? Wäre es nicht möglich, dass du es dann nicht tust, dein Gericht auszuüben? Und Gott lässt sich darauf ein. Interessanterweise sagt der biblische Befund, dass eben Sodom und Gomorra zerstört werden, was darauf hindeutet, dass es nicht mal 10 Gerechte dort gab. Lot wird interessanterweise dann herausgeführt mit seiner Familie und was wissen wir von der Archäologie über genau die Frage der Historizität, Existenz Sodom und Gomorras dieses Gerichtes, dieses Ereignisses. Nun, wir wissen einiges. Wir sehen hier nochmal die Zeit, in welcher laut biblischer Chronologie Abraham gelebt hat und wir wissen, dass interessanterweise im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, zwei Archäologen, nämlich Walter Rast und Thomas Schaub, 1973 eine Entdeckung machten, nämlich im südöstlichen Bereich vom Toten Meer. Es gibt hier zwei Theorien, die Nordtheorie und die südöstliche Theorie, wo man vermutet, dass Sodom und Gomorra gelebt haben hat und sowohl Rast als auch Schaub haben anhand ihrer Ausgrabungen nachgewiesen, dass sie fünf Städte auffindbar gemacht haben, nämlich entsprechend 1. Mose 14 wird auch von fünf Städten gesprochen und zwar südöstlich vom Toten Meer und interessanterweise datierten sie genau diese Städte auf die frühe Bronzezeit, also zwischen 2700 und 2100 vor Christus. weiter lesen wir in Hesekiel 16 Vers 46, dass Sodom südlich von Jerusalem lag, also nicht nördlich und wir sehen das auch in diesem Bild, wie Jebus beziehungsweise Jerusalem eingezeichnet ist und wir können weiter feststellen, dass in diesen archäologischen Ausgrabungen südöstlich man tatsächlich Häuser mit Asphaltziegeln entdeckt hat, 1. Mose 14 Vers 10 spricht genau davon, dass es Asphalt dort gab, Asphaltgruben. Es wurden weiter eine dicke Ascheschicht gefunden, wir lesen von 1. Mose 19 Vers 24, dass Sodom und Gomorra verbrannt wurden mit Feuer auf dem Himmel und interessant ist, dass der biblische Befund sagt, dass ein Ort verschont wurde, der Ort nämlich, wohin Lot sich hinflüchtete, das kleine Örtchen Zuha und die Archäologie belegt und zeigt, dass genau dieses Örtchen nicht verbrannt wurde, dass Es Saif heißt, dieser Ort wurde ausgegraben und wies keine solche Zerstörung auf. Interessant, wir sehen im nächsten Bild einen Archäologen, der genau auf diese Verbrennungsschicht, die man bis zum heutigen Tag an der Ausgrabung auch noch sehen kann, wo man eben eine dicke Brandschicht von ich glaube, es wird sogar die dicke wird hier nicht angegeben, aber es ist eine durchaus dicke Brandschicht und das ist Wahnsinn, man konnte dann noch nachweisen, dass genau diese Region damals unglaublich fruchtbar gewesen ist, entsprechend so, wie es auch Lot präferiert hat, eben auszuwählen und sich entsprechend zu entscheiden. Wir haben auch noch ein kleines Video vorbereitet, was ein bisschen einen Einblick geben soll in genau diese Region, wo man bis zum heutigen Tag sehr interessante Funde macht, weil es eine sehr entzündliche Region ist, wie das folgende Video uns auch vor Augen führt. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Von Abraham kommen wir nun zu Isaac. Eigentlich ist dieser Wechsel auch schon ein heiß diskutiertes Thema. Der Islam behauptet, dass der auserwählte Sohn Abrahams, Sie sagen Ibrahim, Isaac, nicht Isaac, sondern Ismail war. Interessanterweise wird im Koran selbst kein Name genannt. Die Bibel nennt eindeutig einen Namen und sagt, es war Isaac gewesen. Und 1. Mose 26, Vers 4 sagt, dass genau den Segen, den Gott Abraham gegeben hat und die Landesverheißungen, wie steht es hier, Isaac und seinem Samen gegeben wird, das ganze Land zu erben und zu bekommen. Und in deinem Namen, in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Hier ist wieder dieser rote Faden zu finden. Und wir gehen schnell weiter zu Jakob, bevor wir dann zu einem archäologischen Fund kommen, der auch eben auf diese Patriarchen hindeutet. Nämlich Jakob. Jakob, 1. Mose 28, bekommt er Vers 13 von Gott zugesagt. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. 1. Mose 32, Vers 29 ist eine ganz entscheidende Stelle, wo Jakob von Gott einen neuen Namen bekommt und er nicht mehr der Windschattenfahrer ist, sondern er wird plötzlich Israel genannt. Er wird Israel genannt und dieser Name Israel wird ihm als Person gegeben, aber das Volk, was aus ihm dann hervorgeht, auch als Volk tragen. Und in 1. Mose 35, 12 lesen wir dann davon, wie Gott nochmal sagt, dass das Land, das Gott Abraham und Isaac gegeben hat, das will er auch Jakob und seinen Nachfahren geben. Hier ist dieser Verheißungsfaden, dem wir jetzt aber auch noch in archäologischer Spur folgen wollen, denn wer sagt denn, dass es das wirklich alles gegeben hat? Und wir wollen das am Beispiel von Josef etwas näher untersuchen. Josef war einer von zwölf Söhnen von Jakob und, wie gesagt, Jakob und Israel wird häufig dann als Synonym verwendet, von den Namen her. Und Josef war einer von zwölf Söhnen. Er war von seinen Brüdern nicht sonderlich gemocht. Er wurde von seinen Brüdern dann auch, so sagt es der biblische Bericht, verstoßen. Ja, er wurde verkauft und so kam er in eine Gefangenschaft nach Ägypten. Und die Bibel erzählt, dass dann Josef in Ägypten aufstieg, dass er zu einem mächtigen Herrscher in Ägypten wurde, dass er später dann auch starb, und zwar im 18. Jahrhundert vor Christus. Und das Interessante ist, dass wenn man der Archäologie jetzt nachschaut, man feststellt, dass es in Ägypten eine sogenannte Ausgrabungsstätte namens Awaris gibt, die übrigens etwas unter Ramses ist, wo sozusagen die liberale Theologie ansetzt und sagt, da müssen wir ja den Auszug von Ägypten finden. Wenn man aber tiefer gräbt, findet man Awaris. Und Awaris ist ein Gebiet, wo man nachweisen kann, dass sich vorderasiatische Völker oder Fremdlinge niedergelassen haben, und man nennt das vorderasiatisch, um damit zu sagen, das könnte syrisch sein, das könnte kanonisch sein. Das Interessante ist, was man dort gefunden hat. Man hat dort eine Ausgrabung gemacht eines ganz besonderen Hauses, was in diesem Baustil eigentlich nicht klassisch in Ägypten gab. Und dieses große Haus hatte noch etwas, nämlich in seinem Garten könnte man sagen zwölf Gräber. Und diese zwölf Gräber hatten insofern nochmal eine Besonderheit, weil eins dieser Gräber, wie wir hier sehen können, ein sogenanntes Pyramidengrab ist. Das Pyramidengrab, was wir hier unter der Ziffer 1 finden, das stand eigentlich nur Pharaonen zu, so ein Grab zu bekommen. Das war eine ganz besondere Person. Ja, was war das für eine Person? Nun, die Archäologie weist darauf hin, dass wir hier eine Statue entdecken können. Und nachdem man diese Statue rekonstruiert hat, konnte man Folgendes feststellen. Zum einen, der Fund, den man hier machte, konnte man nachweisen, dass der auf 17. Jahrhundert vor Christus geht, oder 1700 vor Christus, dass es eine Person zeigte, die eine Art Pilzkopf-Haarschnitt trug, was nicht typisch für Ägypten oder für ägyptische Herrscher war. Das war eher typisch für eine vorderasiatische Person. Dass diese Person, die hier abgebildet ist, eine helle Haut hatte, rote Haare, sehr untypisch für ägyptische Personen. Die Person hatte einen bunten Rock, einen Wurfholz oder so eine Art Bumerang als Zeichen der Macht. Und das Interessante dabei war, wir reden die ganze Zeit über diese Statue, die in dieser Pyramide, diesem Pyramiden-Grab gefunden wurde, dass dieses Grab aufgebrochen worden war und dass man keine Gebeine darin gefunden hat, keine Knochen. Das ist auch mal interessant. Hier nochmal eine andere Darstellung dieser Person, die so nachkonstruiert mit diesem farblichen Stil, das konnte man, wie gesagt, untersuchen, nachweisen, an dieser Stelle sich vorstellen muss. Wer war das? Nun, wenn man die ganzen Fakten zusammenlegt mit der Chronologie, stellt man fest, dass das nichts anderes gewesen sein muss als einmal die Gräber von den Söhnen, zwölf Söhnen Jakobs. Darüber hinaus, das eine Pyramiden-Grab, das Grab von Josef war. Wir lesen tatsächlich biblischen Befund, dass Josef in Ägypten starb und dass er sogar Anordnungen im Hinblick auf seinen Tod gab. Und wer das nochmal ein bisschen näher untersuchen möchte mit etwas mehr Detailinformationen, kann gerne Pattern of Evidence diesen Film anschauen, wo Timothy Mayuni etwas näher darauf eingeht. Es wird unter dem Video auch einen Link zu diesem Film geben, der auf Englisch kostenlos verfügbar ist. Auf Deutsch kann man den auch erwerben, aber der ist auf Englisch auf jeden Fall online kostenlos verfügbar und liefert sehr interessantes, auch archäologisches Material für diese ganzen Diskussionen der Patriarchen. Und an dieser Stelle eben auch zu Josef. Und ich möchte das nochmal mit anfügen. Wir haben gerade gesehen, dass Josef sehr wahrscheinlich in dieser Statue dargestellt worden ist, weil die Fakten einfach so gut dazu passen. Und interessanterweise lesen wir davon, dass Josef, bevor er gestorben ist, in 1. Mose 50, er sagt, er wird sterben, ich sterbe, aber Gott wird euch, er spricht quasi zu seinen Brüdern, gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen. In das Land, hier ist der rote Faden, dass er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Das ist der Josef, von dem wir in der Archäologie nachweisen können, dass es ihn gegeben hat. Und sogar einen Bach-Josef, der bis zum heutigen Tag noch so heißt, in Ägypten, kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen, verweise ich auf diesen Film. Und Josef, in Vers 25, heißt es dann, nahm ein Eid von den Söhnen Israels, also von Jakob, und sprach, gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Hier haben wir die Erklärung dafür, dass die sogenannten Grabräuber, keine Grabräuber waren, sondern dass die Kinder Israels Josefs Gebeine mitgenommen haben, wie es entsprechend auch im schriftlichen Befund zu finden ist. Wir können das nachlesen in 2. Mose 13, Vers 19, dass die Kinder Israels die Gebeine Josefs mitnahmen, mit nach Kana annahmen. Soviel zum Thema Josef. Josef als Figur, als historische Figur, die es real gegeben hat. Und wir folgen weiter der Frage, ja und dann, gibt es noch mehr Informationen? Gibt es auch Informationen, die wir über den Exodus oder über Mose auch finden? Und dieser Frage wollen wir uns als nächstes zuwenden, was es mit Mose auf sich hat? Und an dieser Stelle wieder einen Verweis auf Digging for Truth, Top 10 Archaeological Discoveries Related to Moses. Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel herausgreifen, auch wenn es mehrere gibt, die man herausgreifen kann. von der biblischen Chronologie her ist Mose circa 1566 vor Christus verstorben. Und Mose war derjenige, der nicht nur für die fünf Bücher Mose steht, sondern eben auch den Exodus. Das zweite Buch Mose. Das zweite Buch Mose, das fängt damit an, dass Israel in Ägypten war. Und während zu Josefs Zeit es gut hat, kam einige Zeit später ein Pfarrer auf, der Josef nicht kannte. Und er Israel knechtet. Und das Volk Israel mehrt sich und mehrt sich und wird immer mehr und es wird versklavt, es wird gehalten, es wird bedrängt, es wird unterdrückt. Ist das nur ein Mythos oder haben wir dafür auch Belege? Das Interessante ist, dass wir einen sogenannten Proclaim Papyrus haben. Man datiert ihn auf die 13. Dynastie der Ägypter. Das heißt, ungefähr zwischen 18. Jahrhundert vor Christus 1863 und 1649 vor Christus. Das heißt, genau in die Zeit, wo wir eben auch Moses von der biblischen Chronologie ansetzen würden. Und was genau sagt nun der Proclaim Papyrus? Nun, wenn wir das näher untersuchen, dann stellen wir fest, dass das tatsächlich eine Liste von Sklavennamen ist. Von Sklavennamen mit semitischer Herkunft. Es sind hebräische Namen. Und auf dieser Liste konnte man zum Beispiel Jakob, Asher, Issachar oder Schifra identifizieren. Und spätestens an dieser Stelle müssten die sämtlichen Glocken biblischer Leser klingen. Denn 2. Mose 1, Vers 15 belegt, Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß. Damit sei nicht gesagt, dass das eine dieselbe Person ist, wenn hier Schifra genannt wird. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt ja schon nahe und spricht auch schon dafür, für eine hebräische Präsenz, für Israels Präsenz in Ägypten zu genau dieser Zeit. Und wer sich damit näher beschäftigen möchte, dem sei das Buch von David Ruhl, David Ruhl, Pharaonen und Propheten, ans Herz gelegt, wo er auch diesen ganzen Funden anhand der Chronologie nochmal nachgeht. Und er zeigt zum Beispiel angesichts dieser Ausgrabung hier eine sehr untypische Beerdigung einer Person in Ägypten, was eigentlich nicht typisch war für die Ägypter. Zum einen die Füße so angewinkelt, zum anderen den Kopf in Richtung Osten ausgerichtet nach dem Motto, eines Tages wird uns Gott zurückführen nach Kanaan. Mehrere Beispiele und Belege finden Sie in diesem Buch Pharaonen und Propheten sehr empfehlenswert. Und weshalb wollen wir das hier so aufgreifen, um einfach einmal zu zeigen, dass auch vom archäologischen Aspekt her es durchaus Argumente gibt, dass der Exodus keine Fiktion ist, sondern ein Fakt. Dass es Mose als Person gegeben hat, der im letzten dann auch Israel herausgeführt hat aus Ägypten. Und wer weitere Beispiele, Belege dafür möchte, der sei auf den Filmnummer verwiesen oder auf dieses Buch. Und das führen wir deshalb an in dieser Frage, wem gehört das Land? Weil wir, wie gesagt, nur suchen wollen, was für eine Präsenz denn in den Jahrtausenden vor Christus in diesem Land nachweisbar ist. Und wir finden darüber hinaus in 4. Mose 34 eine Auflistung. Eine sehr essentielle Auflistung, wo Gott Mose sagt, dass wenn das Volk, und sie sind noch nicht im gelobten Land, Mose wird auch nicht ins gelobte Land reinkommen, er wird es sehen aus der Entfernung, er wird nicht reinkommen, er wird vorher sterben, in Staffel Schab an Joshua weitergeben. Aber Gott sagt in 4. Mose 34, dass wenn sie in das Land kommen, wird es eine westliche, eine nördliche, es wird eine östliche Grenze geben und an dieser Stelle auch eine Grenze rundherum haben, sodass es klar definiert ist für das Volk. Und das gibt Mose dann so auch Joshua weiter und wir kommen auch gleich nochmal darauf zu sprechen, was Joshua dann damit macht. Wir haben jetzt soweit gesehen, vom Vorspann her, die Kritik, dann die Aussagen der Schrift selbst, dass wir auch die Archäologie hinzufügen müssen, um die Vergangenheit zu verstehen, um dann auch die Gegenwart, aber auch Zukunft richtig einordnen zu können und wir können feststellen, dass es die Patriarchen gab, dass es Argumente dafür gibt, auch von der Archäologie. Ganz wichtig ist, dass für uns als Christen die Schrift allein von der Autorität reicht. Wir brauchen die Archäologie nicht dafür, nach dem Motto, nur wenn die Archäologie das alles als solches auch vorlegt, können wir das in der Bibel auch glauben als Christen, die die Bibel ernst nehmen, gilt Sola Scriptura, das Prinzip der Reformatoren, aber wir sind doch auch dankbar für die Archäologie, wo sie das eben auch mitbestätigt und auch mitstützt, um auch in der Argumentation es auch anderen Menschen nahezulegen, dass das, woran wir glauben, Hand und Fuß hat und wir auch dafür Argumente haben. Wir gehen nun im dritten Schritt etwas weiter und nähern uns jetzt der Eroberung Kanads durch Joshua. Und auch an dieser Stelle möchte ich verweisen auf Digging for Truth, wo wieder zehn Discoveries, Entdeckungen gemacht wurden und diskutiert werden. kann man auf YouTube in dem besagten Kanal sich nochmal etwas zu Gemüte führen. Die Landnahme, die Gott von Abraham bis Mose angekündigt hat, wird nun beginnen. Und Joshua nahm als Mose starb, den Staffelstab in die Hand. Die Landnahme wird so auf 1566 bis 1560 vor Christus datiert. Und wir gehen jetzt der Frage nach, was es genau damit auf sich hat. Nun, die Landnahme, das Beispiel, wofür die Landnahme als solches auch steht, ist Jericho. Wir haben vorhin auf das Buch kurz verwiesen von Finkelstein, keine Posaunen vor Jericho, wo er sagt, dass man zu der Zeit, wo er es einordnen würde, kein Jericho zu finden gibt. Interessant ist, dass er an einer Chronologie der liberalen Theologie festhält, die falsch ist, uns Überzeugung nach. Deshalb er am falschen Ort sucht. Er sucht etwas, was er nicht finden kann dort. Wenn wir die Landnahme im Jahr 1500 oder 16. Jahrhundert vor Christus einordnen, dann ist interessant, dass die britische Archäologin Kathleen Kenyon 1950, und ich verweise wieder darauf, während die liberale Theologie die Wahrheit zum Schweigen brachte, fing die Steine an zu schreien und Kathleen Kenyon identifizierte 1950 Überreste von Jericho aus der späten Bronzezeit, das heißt zwischen 16100 und 16100 vor Christus. Mauern wurden ausgegraben von Jericho. Es gab eine kurze Belagerungszeit, so Kathleen Kenyon. Die Mauern fielen interessanterweise nach außen bei einer Belagerung, wo eigentlich die Mauern eingeschlagen werden, müssten sie normalerweise nach innen fallen. Hier ist es nachweisbar, dass sie nach außen fielen und darüber hinaus wird auch aus der Archäologie ersichtlich, dass es einen kleinen Teil der Mauer gab, der unversehrt blieb. Jericho wurde danach lange nicht besiedelt und man fand eine einmetertige Brandschicht. Und warum ist das interessant? Das ist interessant, weil das genau dem biblischen Befund entspricht, dass die Archäologie etwas zutage bringt, was der biblische Bericht schon seit Jahrtausenden sagt. Ich habe die Bibelstelle an dieser Stelle angeführt, wo wir das genauso nachlesen können, wo Joshua, Josuas Spione dann mit einer Bewohnerin von Jericho, einer Rahab, einen Pakt macht und sagt, weißt du was, du hilfst uns, wir helfen dir, wir verschonen dich und wir werden dich dann nachher auch entsprechend verschonen, wenn wir erobern und ihr Haus war sehr wahrscheinlich in einem Mauerbereich gewesen. Genau dieser ist dann im Letzten verschont worden, wo Israel dann sieben Tage lang um diese Festung rumzog und durch Posaunenschall die Mauern zum Einsturz brachte. Soweit der biblische Bericht. Interessanterweise ist, dass Joshua dann diesen Ort verflucht und sagt, dass derjenige, der diese Stadt wieder aufrichtet, es soll ihn den ersten Sohn kosten und so war es tatsächlich dann viele Jahre später. Also es blieb lange unbewohnt aufgrund dieses Fluches, den Joshua ausgesprochen hat in seiner Autorität und Erste Könige 16 gibt dann denjenigen wieder, der tatsächlich es angeht und deshalb auch sein Kind verliert. Die Stadt Jericho muss man sich vielleicht so vorstellen, eine unglaublich gut befestigte Stadt, nahezu uneinnehmbar und wir sehen von der Archäologie, das sehen wir hier, dass es tatsächlich diese Ascheschicht gibt, die bis zu einem Meter sogar groß war. Wir lesen vom biblischen Bericht, dass Joshua Jericho verbrannte. In Joshua 6, Vers 24 können wir das nachlesen. Aber dem nicht genug. Ein ganz wichtiger weiterer Schritt müssen wir doch gehen, um auch gerade zur Zeit Joshua Fakten zu sammeln, denn es wurde ein Altar in Samaria in Israel gefunden. Samaria ist dort, wo Sichem ist oder der arabische Begriff Nablus wird dafür auch berichtet, was eben heute ein heißes Gebiet ist, wo es immer wieder auch zusammen Auseinandersetzungen kommt, weshalb es mit der nicht so einfach ist, dort auch Archäologie zu betreiben. Aber interessant ist, dass man auf dem Berg Ebal und es gibt auf der anderen Seite noch den Berg Garizim, zwei wichtige Berge in der Bibel, dazwischen befindet sich wie gesagt Sichem oder Nablus und dort wurde ein Altar gefunden. Ein Altar auf dem Berg Ebal und was ist das Besondere an diesem Altar? Nun, unter diesem Altar wurde ein älterer Altar gefunden, ein sehr kleiner Altar und jetzt wird es interessant, dieser ältere Altar wird auf das 15. Jahrhundert vor Christus geschätzt. Das wird jetzt gleich wichtig werden, warum? Man hat dort etwas anderes gefunden, eine kleine Tafel, zweimal zwei Zentimeter groß vom Berg Ebal, datiert auf das 14. Jahrhundert oder 1400 bis 1200 vor Christus und diese kleine Tafel wurde dann geöffnet und es gibt ein Paper, was bei Heritage Science veröffentlicht wurde und das Interessante ist jetzt, was wir bei diesem Täfelchen feststellen, es gibt sehr spezielle Untersuchungsmethoden, wie das dann quasi festgestellt wurde, was auf oder in diesem Täfelchen sich wirklich befand und ich habe das einmal in der nächsten Darstellung uns vor Augen geführt, das ist quasi jetzt die Analyse, was da drin, die Innenseite, was da drin geschrieben stand. Das sind Bildzeichen von einer Schrift und wir sehen auf der rechten Seite auch doch mal die Entwicklung der Schrift von dem sogenannten Protosinaitischen drüber hinaus bis zum Alphabet und es gibt sehr spannende Zusammenhänge zwischen den Schriften, wie sie sich wohl entwickelt haben. Hier zum Beispiel auch nochmal von diesen Piktogrammen, die eben 1700 vor Christus eben auch bis 1000 verwendet wurden und dann quasi die Schrift sich etwas geändert hat und das Interessante dabei ist, und da möchte ich nochmal ganz wichtig darauf hinweisen, wir sehen das hier in diesem Bild, dass so ein kleines Männchen zu erkennen ist und nicht nur einmal und dass wenn man dieses Männchen hier auch nochmal sucht, dass das Männchen hier auch mit diesen erhobenen Händen auf einen speziellen Buchstaben hinweist. Jetzt haben sich die Archäologen, die kundigen Menschen auseinandergesetzt, was genau denn in diesem kleinen Täfelchen im letzten Findenden haben festgestellt, dass es eine sehr alte Version des Hebräischen ist. Aus 1000, ca. 1400 vor Christus. Was genau stand nun da drin? Nun, der Text wurde dann quasi übersetzt, so dass man es im Neuhebräischen jetzt zum Beispiel auch so lesen kann. Ich will es mal kurz vorlesen. Da steht Was heißt das übersetzt? Ich habe die Übersetzung daneben geschrieben. Du bist verflucht von dem Gott Jahwe verflucht. Du wirst sterben, verflucht, verflucht, du wirst sicher sterben. Verflucht bist du von Jahwe verflucht. Wir fragen uns an dieser Stelle, was soll bitte das? Was soll so ein Täfelchen auf diesem Berg zu dieser Zeit? Nun, es gibt mehrere Dinge, die uns hier sehr wichtig sind, die wir uns vor Augen führen müssen. Und dazu gehört die Tatsache, dass Gott durch Mose Joshua vorbereitet hat und hat gesagt, weißt du was, wenn ihr in das Land kommt, dann sollt ihr den Segen auf dem Berg Garizim verkünden und den Fluch auf dem Berg Ebal verkünden. Wenn das Volk Israel in das dann Kanan reinkommt, dann sollen sie dort hören, dass wenn sie gehorsam sind, werde ich sie weiter segnen. Werde ich sie mehren, werde ich sie anderen zum Segen setzen und ich habe sie zum Segen berufen. Das ist ja die eigentliche Absicht, weshalb Gott sich Israel erwählt hat, um die ganze Welt durch sie zu segnen. Aber wenn sie ungehorsam sind, dann wird ein Fluch sie treffen und der Fluch kann in 5. Mose 28 nachgelesen werden. Das ist ein sehr langes Kapitel. Und was dort sich findet in 5. Mose 28 ist eine lange Liste, wo Gott Israel davor warnt. Ich habe euch in dieses Land geführt und die anderen Völker vor euch quasi entfernt, weil sie so böse waren, tut nicht das gleiche wie sie. Sonst wird auch euch das Land ausspeien. Und so wird dann Joshua tatsächlich, Joshua tut, wie ihm gesagt wird, in Joshua 8 lesen wir davon, dass er, als er in das Land kommt, entsprechend das Gesetz Moses den Kindern Israels vorhält und Vers 34 wird gesagt, danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, alles wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht, nämlich den Segen auf dem Berg Garizim und den Fluch auf dem Berg Eber. Jetzt verstehen wir auch, wo dieses kleine Täfelchen herkommt, wo übrigens nicht einfach nur ein Fluch zu finden ist, sondern es wird das hebräische Wörtchen El, eine alte Schriftform von El, Elohim, Gott, und Yahweh verwendet, der Name des Bundesgottes überragend, genau aus der Zeit, wo wir vom schriftlichen Befund auch eine jüdische, eine israelitische Präsenz erwarten würden, genau an diesem Ort. Joshua als Figur, als Schriftwerk, sehen wir also auch von der Archäologie bestätigt und interessant. Joshua erobert dann Teile des Landes, das wird gesagt in Kapitel 21, 43, so gab der Herr Israel das ganze Land, dass er eben entsprechend geschworen hat, dass ihre Väter es bekommen sollen und interessant ist, Gott gibt es ihnen, das heißt, er legt es quasi vor ihre Füße und wir sehen in den linken Darstellungen, die rote Bereiche, die durch Joshua entsprechend dann auch erobert wurden, das sind nicht alle, wir sehen, dass er noch viel quasi unerobert blieb, dazu gehört nach Joshua 13, 2 eben auch die sogenannten Philister, die nicht erobert wurden, und wir sehen rechts, wie Joshua dann die einzelnen Teile jeweils zuordnet den Stämmen, dass sie sie dann Stück für Stück erobern sollen und jetzt ist entscheidend, wir stellen fest, dass Joshua reinkommt, einige Teile erobert, aber einige Teile auch noch nicht erobert und das lesen wir dann weiter im Richterbuch, wo es während es im Joshua mit Gottes Hilfe und Beistand und Israels Gehorsam dem Segen entsprechend aufwärts geht, geht es in Richterbuch entsprechend des Ungehorsams Israels im Bergab und es wird gesagt, dass Gott die einzelnen Völker, die dann doch auch noch im Land waren, nicht vertrieb, warum? Es heißt in Richter 1, 3 Vers 1, das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten und Vers 4 sagt dann und sie dienten dazu, nämlich diese Völker, die übrig blieben, dass Israel durch sie geprüft wurde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, der ihren Vätern durch Mose geboten hat. Das war ein Prüfstein für sie. Und ich habe jetzt hier angefügt, dass zum Beispiel die Philister übrig blieben und von Israel nicht eingenommen wurden, auch weil sie ungehorsam waren und deshalb müssen wir einen kurzen Exkurs zu den Philistern machen. Ich sage an dieser Stelle, dass ich nicht auf Diskussionen an dieser Stelle eingehe, ob und wie und genau was man dazu sagen sollte, es eine Verbindung gibt zwischen den Philistern und dem sogenannten Begriff der Palästinenser. Das würde es in meinem folgenden Vortrag noch geben. An dieser Stelle möchte ich aber sagen, oder dem Gedanken nachgehen, wer sind die Philister? 1. Mose 10, Vers 14 sagt, dass die Philister aus den Kasluchiten und den Kaftoriten hervorgingen. Und aus einer Studienhilfe lesen wir darüber hinaus, wie über genau diese Philister gesagt wird, dass sie ursprünglich ein Seefahrervolk aus der Ägäis waren, das heißt aus Kreta. Dann sind sie über Ägypten gekommen, von dort zogen sie später ins Land Kanaan ein. Ihr Kernsiedlungsgebiet war dort der heutige, jetzt wird es spannend, Gazastreifen am Mittelmeer. Und ein Kennzeichen dieses Volkes war ihr glühender Hass gegen Israel. Wir können darüber hinaus noch sagen, dass die Philister viele Götter verehrten. Dagon, Astarte und Baalsebub, das waren Götter, die sie verehrten haben und die auch in der Bibel immer wieder mal genannt wurden. Das soweit erst mal zur Frage, wer die Philister waren. Wir kommen, wie gesagt, in einer späteren Zeit nochmal auf die Frage oder die Diskussion in der Auseinandersetzung zwischen den Philistern und den Palästinensern drauf zurück. Nun soweit zum Thema Joshua. wir haben gesehen den Vorspann, die Patriarchen, die Eroberung und wollen uns im nächsten einen chronologischen Schritt weitergehen. Denn es kam irgendwann in der Historie dann dazu, dass es zu einer Königsherrschaft Israels kam. Israel hatte lange Zeit sogenannte Richter und eines Tages kam es dann zum König. Der erste König war der König Saul, danach der König David. Und nun stellen wir uns der Frage, wer war der König David? Was können wir denn über ihn sagen? Gab es ihn denn überhaupt? Nun von der Chronologie her würden wir von der Bibel her David einordnen in seiner Regierungszeit 1056 vor Christus bis 1016 vor Christus. Und wieder an dieser Stelle der Verweis auf Digging for Truth, wo zehn interessante Entdeckungen zu David vorgestellt werden und die man auch auf diesem Kanal bei YouTube etwas näher sich zu Gemüte führen kann. Was für archäologische Nachweise gibt es denn zu David? Nun, es gibt manche, die sagen, okay, man kann gar nicht genau wissen, ob es David wirklich gegeben hat. Interessant ist, dass man diese Basalt-Stele in Tel Dan gefunden hat im Norden Israels von dem Jahr 900 bis 850 vor Christus wird das ungefähr geschätzt. Das ist eine Gedenkinschrift, wo von einem Herrscher aufgestellt wurde, um sich entsprechend seiner Taten zu rühmen und sie zu proklamieren. Und das Entscheidende an dieser Stelle ist, dass auf dieser Stele auf der einen Seite von König von Israel gesprochen wird, einem spezifischen König von Israel gesprochen wird und dann aber auch vom Haus David gesprochen wird. Das heißt, wir können feststellen, es gab eine davidische Dynastie und diese Dynastie war wohl auch verbunden mit dem Königtum Israels und das ist interessant, weil das genau zu dieser Zeit dazugehört, wo wir auch David tatsächlich wissen, dass es David gegeben hat von biblischem Befund her und wir lesen zum Beispiel vom König David aus 1. Krönige 11, Vers 5, dass David Jebus eroberte und das ist genau die Stadt, die wir heute als Jerusalem kennen. Zu seiner Zeit heißt es, und die Bürger von Jebus sprachen zu David, du wirst hier nicht hereinkommen. David aber eroberte die Burg Zion, das ist die Stadt Davids und wir haben hier rechts eine Darstellung vom heutigen Jerusalem aus der Vogelperspektive. Wir sehen einmal den Tempelberg, die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom und das, was rot eingezeichnet ist, genau dort wird eben der Palast Davids vermutet. Das ist der Ort, wo auch die Stadt Davids archäologisch, da kommen wir gleich drauf, nachweisbar ist und das möchten wir jetzt einmal aus einer anderen Perspektive uns näher vor Augen führen, denn David war derjenige, der nicht nur Jerusalem eroberte, sondern entsprechend auch umbaute. Also hieß er es Jebus, die Jebusiter waren vorher, gibt heute keine Jebusiter mehr, aber David eroberte Jebus und machte daraus Jerusalem und 1. Chronik 11, 5 belegt das und David baute dort die Burg, oder baute sie weiter aus, die Burg Zion und auch den sogenannten Milo. Was ist der Milo? Der Milo ist eine mit Steinen gefüllte Terrasse und sie wurde aufgerichtet, um als Teil der nördlichen Verteidigungsanlage zu dienen, um Jerusalem zu verteidigen und wir sehen in dieser Darstellung links einmal ungefähr, wo der Milo ist, wir sehen rechts in der Darstellung auch nochmal, wie diese Terrasse sich fortführt und dann eben auch so eine Stepstones, es gibt also diese Terrasse, die das Hör noch aufgeschichtet ist und genau das sagt der biblische Befund. Wir sehen hier nochmal die Ausgrabungen, zeigen, dass es genau diesen Milo an dieser Stelle genau zu dieser Zeit gab und 2. Samuel 5, Vers 9 sagt, David wohnte in der Burg und nannte sie Stadt Davids und baute ringsum vom Milo an einwärts. Er war nicht der Einzige, der Milo baute, sein Sohn, Salomo baute auch daran und das lesen wir in 1. Könige 9,24 sobald die Tochter des Pharao heraufgezogen war von der Stadt Davids in ihr Haus, dass er nämlich Salomo für sie gebaut hatte, da baute er auch den Milo, also er baute dort weiter dran. Wir sehen das rechts einen Auszug und hier nochmal ein interessantes Paper von Biblical Archaeology Society, die uns nachweist, dass dieser Milo, der ausgegraben wurde, tatsächlich auch auf das 11. Jahrhundert vor Christus datiert werden kann. Ein weiterer Fakt dafür, dass der biblische Bericht und den Fuß hat, dass David als König hier tätig war, auch sein Sohn Salomo und nicht nur das, es gab ja eine richtige davidische Dynastie, nur wir wissen, dass nach Salomo sich Israel aufspaltet in Nord- und Südreich und das Südreich entsprechend Judah, unterschiedliche Könige hatte und das Nordreich unterschiedliche Könige hatte. In dieser Darstellung sehen wir jetzt eine Abfolge von fünf Generationen davidischer Könige anhand von vier Siegel und ich werde gleich näher darauf eingehen, was damit gemeint ist. Das heißt, die Nachfolge von David war nicht nur Salomo, sondern es kamen dann noch andere Könige und es wurde David ja auch verheißen, dass er eine Nachfolge haben würde, wo im letzten dann eines Tages auch der Messias, der Retter, kommen würde und diese Siegel oder Siegelabdrücke weisen genau darauf hin, dass Davids Nachfolger eine davidische Dynastie hatten und wir sehen zum einen hier ein Siegel von Sebnayahu, ein Diener von Usia, ein König Israels, 2. Chronikel 26, 18. Wir sehen einen Siegelabdruck an zweiter Stelle von Ahas, Sohn des Jotham, König von Judah. Das ist dann 2. Chronikel 29, kann man das nachlesen. Ein weiterer Siegelabdruck von Hiskia, Sohn von Ahas, König von Judah, 2. Könige 16, und ein Siegel von Manasse, dem Sohn des Königs, 2. Chronikel 32, kann man das nachlesen. Es ist super spannend, wenn wir uns das vor Augen führen und wir können auch das direkt einmal zuordnen und feststellen, dass das lückenlos ist. Wir sehen hier diese einzelnen Siegel zugeordnet und diese Grafik der Könige und Propheten im Alten Testament, die ist auch unter dem Video verlinkt, kann man sich also nochmal etwas näher zu Gemüte führen, wie es da mit diesem Königshaus weiterging und diese Zuordnung der einzelnen Könige zeigt anhand der Siegel und der Siegelabdrücke, dass wir das sogar archäologisch nachweisen können und damit sich wieder der biblische Befund bestätigt und es ist super interessant, weil nicht nur das uns vorliegt, sondern auch viele andere Ausgrabungen aus Jerusalem, die tatsächlich nachweisen, dass diese Stadt, die so reich ist von Geschichte, eben auch von der Archäologie sich nachweisen lässt, dass es eine Zeit des ersten sogenannten Tempels gab, den ja im letzten Salomo gebaut hat und in der nächsten Darstellung sehen wir das nochmal, dass in quantitativer und qualitativer Hinsicht diese Stadt Jerusalem über die beste Reihe von israelitischen und judäischen Schriften aus genau der ersten Tempelzeit verfügte, die entdeckt wurden und genau, wir finden hier ein paar Fundorte, wo unterschiedliche Stücke, ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das wäre super spannend, nochmal näher zu untersuchen, kann man unter diesem Begriff Jerusalem's Inscriptions auch nochmal etwas näher, etwas nachforschen im Netz. Nun hatte David einen Sohn und der Sohn hieß Salomo, der eben auch mit an diesem sogenannten Milo gebaut hat. Salomo wurde sein Nachfolger auf dem Thron von David und über ihn erfahren wir tatsächlich im biblischen Bericht, dass er die größte Ausweitung des Israelischen Reichs hatte. Zu seiner Zeit war er Israel vereint. Und wir lesen in 1. Könige 5, Vers 1, so war Salomo Herrscher über alle Königreiche, vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenzen Ägyptens, sie brachten ihm Abgaben und dienten ihm sein Leben lang. Das ist interessant. Zum einen sehen wir, dass die Philister eben seinerzeit nicht erobert wurden. Sehen das kleine Stückchen links unten, das da noch frei blieb. Wir sehen aber, wie weit einmal in den Süden Salomos Reich reichte, aber auch bis in den Norden hinein. Wir sehen in dieser Grafik links einmal Sauls Reich, das so pinkfarbene, dann Davids Reich, was deutlich größer war und dann das, was in Gelben noch mit dazu kam, eben Salomos Reich ist. Und an dieser Stelle zeigt, wie historisch gesehen die Grenzen Israels im Jahre 1000 vor Christus war. Nun, wir haben soweit gesehen, abgesehen von dem Vorspann, die Patriarchen, sie sind der Eroberung in Land Kanaan, Joshua hat der Spur nachgegangen und haben die Königsherrschaft unter David, davidische König oder Königsreihe untersucht und wollen jetzt in einem vorletzten Schritt, bevor wir eine Zusammenfassung machen, noch der Frage nachgehen, ja was ist mit dem Exil und mit der Rückkehr unter Assur, unter Babylon. Die Bibel sagt nämlich, dass Israel, wie es Gott entsprechend verheißen hat, tatsächlich in die Gefangenschaft geführt wurde, in 3. Mose 18 Vers 28, da kündigt es Gott schon an, in diesem entscheidenden Kapitel, 3. Mose 18 Vers 28, dort sagt er, Achtung, tut nicht den Nationen das Gleiche nach, die vor euch dort waren, damit euch nun das Land nicht ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, wie es die Heiden ausgespien hat, die vor euch gewesen sind. Aber genau so geschah es. Israel verfiel dem Götzendienst, Unmoral der Sünde und Gott hatte bereits in 5. Mose 28 Vers 63 auf dem Fluchberg proklamieren lassen und festhalten lassen und das wurde in Eberl, wie gesagt, ja auch verkündigt und dort steht in 5. Mose 28, 63 Und wie der Herr sich euretwegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, dass du jetzt siehst, um es in Besitz zu nehmen. Das war eine Warnung. Das war eine Warnung, die Gott Israel gegeben hat, wenn sie von ihm abweichen würden und nicht mit ganzem Herzen sich an ihnen hängen würden. 5. Mose 28 Vers 63 Nun, wir lesen vom biblischen Bericht her im Jahr ca. 722 vor Christus, dass das Königreich von Assyrien kam und das Nordreich Israels verschleppte. Das war im 8. Jahrhundert vor Christus, das geschah unter dem König Sargon, im Zweiten, in Jesaja 20 Vers 1 kann man das nachlesen. Der König Sanherib war später dann auch nochmal in der Auseinandersetzung mit Israel mit involviert, aber über König Sargon, im Zweiten, kam es genau zu diesem Exil und ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, ich möchte auf eine andere Stelle drauf eingehen, weil das Südreich zwar nicht durch Assur verschleppt wurde, wohl aber später durch Babylon und der entscheidende Aspekt an dieser Stelle ist, dass selbst die Historie darauf hinweist und deshalb die Historie und die Archäologie, wie wir gleich sehen werden, davon ausgeht, dass Israel, beziehungsweise Judah im Land Israel war und an dieser Stelle erobert wurde. Wir lesen in 2. Konige 24 Vers 10 folgende, wie der biblische Befund sagt, dass der König von Babylon hinaufzog, die Knechte des Königs Nebukadnezzar hinaufzogen und nach Jerusalem hinaufkamen und die Stadt belagerten und tja, wir lesen tatsächlich davon, dass sie nicht nur sie belagerten, sondern viele gefangen wegführten, dazu gehörte zum Beispiel auch der Prophet Daniel und Jehoiachin, ein König, der zur damaligen Zeit in Judäa herrschte, ging ihm entgegen und der König von Babel nahm ihn gefangen und interessant ist, dass wir im Vers 17 noch lesen, dass der König von Babel einen anderen König dafür einsetzte und ihm den Namen Zedekiah gab. Warum ist das interessant von archäologischer Perspektive her? Weil wir eine sogenannte babylonische Chronik haben und die genau auf diesen Zeitbereich auf 605 bis 594 sogar datiert wird und auf dieser Chronik finden wir folgenden Mitschrieb oder folgenden Text, dass der König Nebukadnezar entsprechend mit seiner Mannschaft als König über das Land Hathi, also über Türkei, Syrien kam, einfiel und dann auch die Stadt Judah, das ist nämlich Jerusalem, eroberte. Am zweiten Tag des Monats Adra heißt es, eroberte er die Stadt und nahm den König, steht kein Name, aber wir fügen an dieser Stelle hinzu, Jehoiachin, er nahm ihn gefangen und an seiner Stelle setzte er einen anderen König, genau wie der biblische Bericht sagt, Zedekiah, an seiner Stelle, ja es ist an seiner Wahl ein und nachdem er reiche Tribut erhalten hatte, sandte er nach Babylon. Es ist interessant, weil das genau dem biblischen Befund aus 2. Könige 24 entspricht und auch die Archäologie wieder bestätigt, dass der biblische Befund und die Geschichte wahr ist. Soviel zum Thema von Babylon im 6. Jahrhundert vor Christus, wo wieder belegt wird, dass es die Stadt Judah gab, dass es eine jüdische Bevölkerung da auch schon gab und die Stadt Jerusalem damals von den Babyloniern erobert wurde. Nun wollen wir einen Schritt weiter in der Historie gehen und die Geschichte anschauen, was im 5. Jahrhundert geschah, denn wir wissen, dass das Persische Reich dann Babylon eroberte und ablöste im 5. Jahrhundert vor Christus und wir sehen hier die einzelnen Ausbreitungen, das war ein enorm großes Reich der Perser und spannend ist, dass wir sowohl in der Archäologie, aber eben auch im biblischen Befund wieder einen deutlichen Wink mit dem Zaunfall finden, denn in Jesaja 45 verkündigt Gott und sagt, im 8. Jahrhundert vor Christus bereits, so sollte man Jesaja einordnen. 8. Jahrhundert vor Christus, Jesaja 45, 1 und 13, spricht Gott von einem sogenannten Kyros, dessen rechte Hand Gott ergreift, um Völkern niederzuwerfen. Und nicht nur das, er sagt auch in Vers 13, er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten loslassen. Warum ist das interessant? Weil wir im Jahr 538 vor Christus aus genau diesem Jahr einen sogenannten Kyros Zylinder finden. Was die Archäologie hier zu Tage gebracht hat, das ist ein Zylinder, der auch Historie beschreibt und eine Verkündigung von sich geben lässt, eine historische Verkündigung, wo Kyros nämlich von sich verlauten lässt, dass zu seiner Zeit alle ihre Leute, sagt dieser Zylinder, lässt Kyros, er spricht hier in der Ich-Form, die er versammelt hat, beziehungsweise die er weggeführt hat, dass er sie wieder in ihre Wohnorte zurückentlässt, schickt. Und dass er auch ihre Heiligtümer wieder entlässt, das heißt ihr Hab und Gut und was er quasi aus ihren Heiligtümern gestohlen hat, auch wieder in ihren Plätzen zurückführen lässt. Warum ist das interessant? Weil wir genau das in Israel 1 und Nehemia lesen, dass Kyros einen Erlass von sich gibt, kann man in Israel 1 nachlesen, der entsprechend Jesaja 45 Vers 1 und 13 verlauten lässt, dass Kyros das Volk Israel gehen lässt, dass Nehemia zurückgeht und so Jerusalem wieder aufgerichtet, aufgebaut wird und so auch die Heiligtümer wiederhergestellt wird. Und wieder sehen wir, die Archäologie bestätigt, das was die Bibel schon seit Jahrtausenden als Wahrheit hochhält und bezeugt, dass es wieder eine jüdische Bevölkerung im Land gab und auch ein Heiligtum, wo es einen Tempel dann gab, der sogenannte zweite Tempel, der wieder aufgebaut wurde. Nun, wir kommen zu einer letzten Herrschaft, auch wenn wir noch viel an dieser Stelle anfügen könnten. Wir können gar nicht jetzt hier auf Antiochus Epiphanius eingehen und die Makabea-Zeit. Ich möchte aber das vierte Jahrhundert noch aufgreifen, nämlich Griechenland, wo Alexander der Große aufstand und Alexander der Große in einer Windeseile eine unglaublich große Region eroberte. Und das Interessante ist, dass Alexander der Große, so sagt es die Geschichte, eines Tages auch nach Jerusalem kam und in Jerusalem ein Gespräch mit dem Hohen Priester der damaligen Zeit hatte. Und das Interessante ist, dass wir dazu noch sagen müssen, dass der Prophet Daniel, der übrigens in der babylonischen Gefangenschaft lebte, aber dort auch schon von Gott geoffenbart bekommen hat, was zukünftig geschehen wird und dann eben von Gott auch gezeigt bekommt, zum Beispiel in Daniel Kapitel 2, aber Daniel Kapitel 8, dass es unterschiedliche große Reiche geben wird, die Babylon ablösen werden, die allerdings in ihrer Beschaffenheit immer schwächer sind. So sieht man das zum Beispiel anhand dieser Statue, die aus Daniel 2 beschrieben wird. Und zu dieser Statue, die wir in Daniel 2 finden und die Daniel dann entsprechend auch interpretiert, gehört auch das griechische Reich unter Alexander dem Großen. Und als Alexander der Große dann in Jerusalem zu Besuch kam, wird erzählt und das ist eine Geschichte, die tatsächlich der Geschichtsschreiber Josefus Flavius in seinem Buch Jüdische Alte Tümer beschreibt. Er überliefert und sagt, dass Alexander der Große nach Jerusalem kam und von dem Hohen Priester dann erfährt, dass Daniel genau von dem, was er getan hat oder was von seinem Reich im Letzten auch schon berichtet. Und ich möchte das mal kurz vorlesen aus Jüdischer Alte Tümer von Flavius Josefus aus dem elften Buch, achtes Kapitel und das ist der fünfte Abschnitt. Und dort heißt es, als man ihm nämlich dem Alexander dem Großen das Buch Daniel zeigte, in welchem vorausgesagt war, ein Grieche werde der Perser reich zerstören, hielt er sich selbst für diesen Griechen und entließ voll Freude das Volk. Am folgenden Tag aber rief er sie wieder zusammen, ließ die Geschenke begehren, so viele sie wollten. Also wir sehen an dieser Stelle auch, dass Alexander der Große in Jerusalem gewesen ist, ein hoher Priester angetroffen hat, eine jüdische Bevölkerung vorfand, die ihn darauf hinwiesen, dass ihre Schriften bereits von ihnen schon sprachen, von ihm schon sprachen und er sich darüber freute, seine Aufgabe so gesehen zu erfüllen, die tatsächlich in der biblischen Prophetie auch vorhergesagt worden ist. Damit kommen wir zum Schluss. Wir haben gesehen, einmal die Patriarchen sind immer auf die Spur gegangen, wir sind der Eroberung Kanans auf die Spur gekommen und haben die Königsherrschaft unter David untersucht, das Exil und auch die Rückkehr, wieder eine jüdische Präsenz im Land Kanaan in Israel und was können wir dazu sagen, was wollen wir zusammenfassend an dieser Stelle sagen? Das ist nämlich das, was wir jetzt im letzten Schritt noch tun wollen und wir wollen die Zusammenfassung und den Ausblick wie folgt gestalten. Wir sehen hier die Punkte, die einfach nochmal die Hauptaussagen bündeln wollen, nämlich zum einen, dass wir die Patriarchen nachweisen können, ihren Spuren folgen können anhand der archäologischen Funde und sehen können, dass sie im zweiten Jahrtausend vor Christus entsprechend im Land Kanaan, zunächst dann auch später in Ägypten, dann durch den Exodus wieder zurück nach Kanaan kamen und dass ihre Existenz dort nachweisbar ist. Wir sehen darüber hinaus, dass auch hebräische Schriftstücke beweisen, dass Israels Gott Elohim oder auch Yahweh in Samaria als Gott verehrt wurde, dass er damals zu dieser Zeit im 14. Jahrhundert vor Christus schon bekannt gewesen ist und wirklich auch existiert hat, so wie es die Bibel ja schon lange sagt und dass es eine davidische Königsdynastie gegeben hat, auch diese ist nachweisbar, haben wir anhand der Siegel gesehen und der archäologischen Funde des Milo. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass es ein Exil gab für die Israeliten, wo sie eben ins Exil geführt wurden, das Nordreich durch Assur, das Südreich durch Babylon, dann aber wiederum zurückkehrten, wie es entsprechend auf dem Zylinder von Kyrus berichtet wird und dann entsprechend auch ein Alexander der Große in Jerusalem zu Gast war und dort plötzlich gemerkt hat, dass ja die Bibel tatsächlich von ihm spricht und sich darüber gefreut hat. Tja, und dann haben wir letztlich noch nachweisen können anhand der biblischen Schrift, dass Gott selbst in seiner Autorität, als der Gott von dem Psalm 24 Vers 1 sagt, dass ihm die Erde gehört und alles, was darin ist. Er ist derjenige, der die Grenzen eines Volkes definiert. Und nachdem wir das gesagt haben, wollen wir fragen, was schließen wir persönlich daraus? Zunächst einmal, dass die Aussagen der Schrift keine Legenden sind. Ein Schreiber des Neuen Testamentes, 2. Petrus 1, der Apostel Petrus schreibt an dieser Stelle, denn wir sind nicht klug gesonnenen Legenden gefolgt. Er sagt, was wir reden, wovon wir zeugen, wofür wir stehen, das hat Hand und Fuß. Und so ist es auch, dass die Schrift keine Legende ist, kein Mythos, keine Fiktion, sondern ein Fakt. Auch in den historischen Aussagen ist sie zuverlässig. Und so fährt dann der Schreiber fort und sagt, so halten wir nun fest, weil die Geschichte stimmt, weil es keine Legende, sondern Wahrheit ist. So halten wir fest an dem völlig gewissenen, prophetischen Wort. Das heißt, was noch kommt. Das heißt, die Bibel sagt auch noch, was noch kommen wird. Und er sagt, ihr tut gut daran. Und das ist unsere Aufgabe, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Ein dunkler Ort ist ein Ort, wo keine Wahrheit ist, wo viel Lüge erzählt wird. Und die Bibel sagt, dass das Licht Gottes Wahrheit in unsere Dunkelheit hinein will und uns erleuchten will. Und es scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das ist ein Take-away von der vergangenen Minuten, was wir lernen wollen, dass, weil Gottes Wort zuverlässig ist, im Hinblick auf die Vergangenheit, auch im Hinblick auf die Zukunft zuverlässig sein wird. Von dem, was noch aussteht, worauf wir im nächsten Teil noch zu sprechen kommen. Und schau, es kann sein, dass bei all dem, was wir bis hierher jetzt gehört haben, kann es sein, dass du sagst, okay, diese archäologische Spurensuche ist alles schön und gut, aber weißt du, gegenüber Gott, damit will ich eigentlich gar nichts groß zu tun haben. Vielleicht hast du sogar einen religiösen Hintergrund und hast hier und da auch mal was mit Gott zu tun, bist vielleicht sogar konfirmiert worden oder kommst aus dem christlichen Elternhaus. Aber im letzten ist dein Herz kalt gegenüber Gott und seinem Reich. Hast du im letzten eigentlich gar kein Interesse am Gottesdienst selbst. Sollte das bei dir vielleicht so sein, dann möchte ich dir sagen, dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt und dass dieser wahre Gott sich uns durch Jesus Christus geoffenbart hat, der in Johannes 10 Vers 35 im letzten uns selbst noch einmal vor Augen führt, dass die Schrift keinen Widerspruch in sich selbst hat und nicht gebrochen werden kann. Und das Besondere ist, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben gesehen, dass während den letzten zwei Jahrhunderten immer mehr die kritische, theologische Ausrichtung an den Staatsunis versucht haben, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen. Ist entsprechend das eingetreten, was Jesus gesagt hat, wenn diese Leute schweigen, dann werden die Steine schreien. Und genau so haben wir aus der Archäologie gesehen, wie laut die Steine schreien und die Wahrheit im letzten auch mitvertreten. Und wenn du jemand bist, der ein kaltes oder auch ein steinernes Herz gegenüber Gottes Sache und seinem Reich hat, dann lass mich dir sagen, wenn Gott es machen kann, dass Steine schreien, wie wir anhand der Archäologie gesehen haben, dann wird Gott auch aus deinem steinern Herz ein fleischernes Herz machen können. Er ist nämlich der Schöpfer. Er hat dich und mich erschaffen und als Schöpfer und als Gott beansprucht er unser Leben. Oh ja, wie viel Schuld haben wir in unserem Leben? Wie viel sind wir ihm schuldig geblieben, wenn er der Schöpfer in unserem Leben ist? Wie ungehorsam, wie sehr haben wir die Sünde geliebt, Gott gehasst? Und schau, es gibt nur eine einzige Hoffnung für uns. Wenn du ein steinernes Herz hast, gibt es nur die eine Hoffnung aus Hesekiel 36, Vers 26, wo Gott selbst sagt, ich will euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist in eures Inneres legen und ich will das steinernes Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hier ist die Verheißung. Und schau, das tut Gott, so eine Herztransplantation, so eine Verwandlung, das tut Gott, wenn wir uns abwenden von unserem Ego. Dann macht Gott es möglich, dass wir die fremden Götzen von uns tun, sei es der Buddhismus, sei es der Hinduismus, sei es der Islam, der im letzten Gott den Thron streitbar machen möchte, sei es dein Karriere-Tum, worum sich dein Leben dreht. Wenn Gott kommt, wenn Gott eines Tages kommen wird, dann spätestens werden wir uns von ihm beugen, aber die Bibel ruft uns dazu auf, das schon jetzt zu tun. Die Bibel ruft dazu auf, dich jetzt schon vor Jesus Christus als dem von Gott gesandten Retter zu beugen und schau, Gott ist zu uns gekommen, so sagt es das Zeugnis der Schrift, auf Augenhöhe ist Gott zu uns gekommen. Er wurde arm für uns, er wurde Mensch und blieb doch Gott und wir haben ihn verachtet, verneint und durch unsere Sünden ans Kreuz geschlagen. Und Gottes Liebestat hat ihn am Kreuz gehalten und er hat es aus freiem Willen für uns getan, sein Leben gelassen, in dem er gestorben ist und nach drei Tagen auferweckt wurde. Ja, er hat diese Schande, diesen Schmach, den grausamen Tod auf sich genommen. Warum? Damit wir durch Jesus gerettet werden und dass wir, ja wie, in dem wir glauben, in dem wir ihm unser ganzes Vertrauen schenken, weil er selbst sagt, dass er die Wahrheit, das Leben und der Weg ist. Er ist die Wahrheit in Person und selbst von ihm zeugen die Steine, von seiner Wahrheit zeugt die Schrift. Und ich möchte an dieser Stelle dich deshalb einladen, weil die Frage ist, was ist deine Antwort darauf? Sein Liebesangebot vom Kreuz her streckt er dir mit durchbohrter Hand entgegen. Was ist deine Antwort darauf? Was ist deine Antwort, deine Antwort auf das Schreien der Steine? Ich schließe mit dem herrlichsten, mit der herrlichsten Zusammenfassung dieser Liebestat vom Kreuz, die wir in Johannes 3, Vers 16 finden, wo Gott uns nochmal sagt, denn so sehr hat Gott diese Welt, damit meint er all das, was ihn im letzten ausgestoßen auch gekreuzigt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er, und jetzt kommt der Liebesbeweis, er, obwohl er hätte eigentlich gar nichts uns beweisen müssen, weil er uns jeden Tag seine Güte beweist in seiner Gnade, er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glaubst du das? Wir werden einen zweiten Teil haben und dieser zweite Teil wird hier fortsetzen und sich dann mit der weiteren Zeit auch in die Neuzeit bewegen, wo wir der Frage weiter auf die Spur gehen. Wir haben bisher geschaut, in dem Rückblick, wem gehört das Land, es gab eine jüdische Präsenz, aber wie verhält es sich jetzt mit den nächsten Jahrhunderten? Was können wir daraus weiterlernen? Auf ein Wiedersehen. YouTube